Ich hatte eine Idee. Ich habe Past Dreams vorher Nintendogs gekauft und dachte mir, wenn ich das Spiel eh habe, wieso speedrun ich das nicht gleich? Komplett normaler Gedankengang. Die Nintendogs Speedrun Szene könnte größer sein. Es gibt nur zwei Kategorien und nochmal dieselben zwei Kategorien auf Emulator, also insgesamt vier Kategorien. All Beginner Contest Gold, was einfach nur Gold in allen Beginner Contests ist, die es ja Nintendogs gibt und 3 Dogs Percent. Das ist die Kategorie, in der aus Kindern Männer werden und deshalb auch der Run meiner Wahl gewesen. Das Ziel in 3 Dogs Percent ist, wer hätte es gedacht, so schnell wie möglich die drei Hunde Nintendogs vollzubekommen. Das ist ja die Höchstanzahl an Hunden in diesem Spiel. Ich wusste im Vorfeld jedoch nicht, wie unfassbar Pain dieser Run wird. Es hat super viel mit RNG zu tun. Ja, 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 ja. Oft haben die Hunde einfach gar keinen Bock, irgendwas richtig zu machen. Komm her! Kok! 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 Eines war mir aber von vornherein klar. Ich werde nicht aufgeben, bis ich diesen Run meistere. Aber fangen wir ganz von vorne an. Yo! Was geht? Was geht, Leute? Und wir fangen an. Wir fangen an. Erster Run. Erster Run ist so zum Kennenlernen. Ich werde euch mal so ein bisschen durch den Run lotsen und erklären, was man hier eigentlich so macht. Am Anfang muss man sich seinen ersten Hund ganz normal aussuchen und ihm einen Namen geben. Am Anfang müssen wir ihn erstmal streicheln. Ja, das ist die Speedrun-Erfahrung gerade. Okay, wie wollen wir ihn nennen? Namensvorschläge im Chat, bitte. Einsilbig. Es muss einsilbig sein, damit wir ihn gut rufen können für Speedrun. Kok! Sass! Kok! Kok! Ich fasse es nicht. Kok! Kok! Yeah! Er hat seinen Namen. Wenn man seinen Hund erfolgreich benannt hat, muss man ihm direkt seinen ersten Trick beibringen. Sitz. 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 Yeah! Er ist richtig der Feini. Wenn der Hund erfolgreich gelernt hat zu sitzen, geht es direkt an den Kernpunkt des Runs. Wir müssen Geld sammeln. Das ist das, was wir brauchen, um schnell unsere drei Hunde zusammen zu bekommen. Geld. Und am schnellsten holen wir dieses Geld mit Hilfe der Wettbewerbe. Und glaubt mir, diese Wettbewerbe sind die größte Hölle, weil ein Großteil davon straight up einfach nur Glück ist. Holt die! Ja! Komm her! Komm her! Gib! Okay. Holt die! Warum cheat der Eier? Was? Warum cheat der Ex? Komm her! Kok! 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 Er will mich komplett picken. Er ist so schlecht! Er ist so scheiße! Nein! Wir brauchen zwölf Punkte, wir haben zwei. Komm schon, ein Baba noch. Man muss im Optimalfall zweimal hintereinander den Disc Contest gewinnen, weil beim ersten Mal bekommt man 100 Dollar und beim zweiten Mal Meistern bekommt man 200 Dollar. Also schon mal 300 Dollar Cash. Versuch zwei! Timer! 5,50 Euro! Ich glaube, wir nehmen einen Golden Boy einfach. Wuff! 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 Er wird eine richtige Kampfmaschine. Sitz! Let's go! Okay. Komm schon! Komm, 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 komm! Sehr gut! Okay, ne, ich check, warum man den streichelt. Der lässt dann früher los. Man muss dann nicht so rumzappeln. So, warte, erstmal streicheln. Jetzt. Ah! Der lässt dann besser los. Und der ist so gut! Sie ist so gut! Oh mein Gott! Ah, das war zu hart. Das war zu hart. Nein! Nein! Oh, warum sind meine Hunde so shit? Oh, das hat so gut angefangen. Ich hole einfach den atzen. Opfer! Opfer! Ich bin mir nicht sicher, ob Opfer das schafft. Ich kenne null Punkte, stabil. Oh mein Gott, er ist so kacke! Er ist so ranzig. Er chillt, er chillt. Guck mal, wie langsam der ist. Guck mal, wie langsam der ist. Das war ein Test. Er macht Salto. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Nein! Das sah so gut aus. Komm, bitte. Chat! 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 Bitte, ich flehe dich an! Okay. Er ist es. Er ist es. Das war wieder nicht so strong von mir geworfen. Ich habe immer Angst, zu hart zu werfen, weil dann fliegt er irgendwo nach Amerika. Gut Job! Gut Job! Ja! Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, elf Punkte brauchen wir. Ja! Okay. Wir haben es. Wir haben es. Jetzt müssen wir halt nochmal diese Pro-Variante gewinnen. Come on. Das war zu doll, oder? Nein! Er hat reingeschissen! Oh, scheiße! Ja! Ja! Okay, komm schnell! Komm schnell! Stabil! Ah! Shit! 14 reicht nicht, oder? Nee, man musste 15 haben. Wir haben trotzdem wieder einen Hunni bekommen. Ich glaube, wir können trotzdem... Wir machen jetzt mal die actuale Speedrun-Route. Was wir stattdessen nun machen, ist es, unseren Hunden mehr Tricks beizubringen. Pfote? Pfote? Nee, Pfote ist ein Kackname. Wie wollen wir die Pfötchen nennen? Oh! Ich bringe dem jetzt neue Tricks bei. Ah! Okay. Sas! Er lernt's nicht. Sas zu kom... Ey, sitz! Ist das zu kompliziert, das Wort? Sas! Okay, er hat's ge... Ja, ich glaube, das ist echt zu kompliziert. Mit diesen neu gelernten Tricks können wir jetzt nämlich beim Gehorsamkeitswettbewerb teilnehmen und das ist deadass einfach full RNG. Ah! Sas! 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 No! Warum? Ich glaube, Sas war ein dummes Wort. Sas! 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 Sas war ein dummes Wort, er versteht es nicht! Er versteht es nicht! Nein! Okay, warte, wie nennen wir jetzt Platz? Sas! Weil Sas hat nicht funktioniert! Down! Down! Okay! Er kann die... Er kann die Sachen! Sitz! Ah! Stabil! Stabil! Sitz! Let's go! Er ist ein Genius! Okay! Ah! Down! Sitz! Mein Löwe, mein Bär, mein Architekt! Was war... Was war erster? Was war erster? 8,5 was war erster? What the fuck? Okay! Never mind! Du hast alles richtig gemacht! Jetzt gas sie auf gar keinen Fall! Es wird weiter geknechtet! Mit dem gewonnenen Geld kann man dann endlich seinen zweiten Hund kaufen und mit ihm dann nochmal diese tollen Frisbees werfen, um noch mehr Geld zu verdienen! Nice! Und dann hat man es eigentlich geschafft! Dann hat man genügend Geld, um sich seinen dritten Hund zu kaufen! Also an sich ist der Run nicht so kompliziert, aber das Ganze klingt leichter als es ist! Oh, dreimal! Zwei oder dreimal auf erster! Dann habe ich genug Geld! Oh! Komm schon! Insel! Ey, das darf jetzt aber nicht schieflaufen mit diesen Discs! Ich hasse das so doll! Soll jetzt erstmal üben! Für Übung ist keine Zeit! Wir müssen hier Money verdienen! Das ist gut! Good shit! Okay! Come on! This dog is insane! Er, 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 er holt jeden! Das ist auch richtig stark! Ja! Insane! Nice! Aber man darf den Tag nicht vom Abend loben! Nochmal, wir müssen nochmal! Stabil! Komm, 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 komm! Ja! Auch sehr gut, sehr gut! Komm schon, hol ihn! Ja! Sieben! Okay, let's go! Okay, komm, noch einmal, noch einmal! Wie viel Geld bekommen man? 60! Das reicht nicht! Ich war so kurz davor und es hat einfach nicht hingehauen und ab diesem Moment war ich komplett gebrochen! Ah, scheiß auf den Pisschen! Das ist perfekt geworfen, wieder die perfekte Kurve! Ja, 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 ja! Das ist schon krass! Das ist schon krass! Ah, komm schon, fang den! Ich dachte, das wäre, ich dachte, das wäre ein safer Catch! Wow! Ich glaube, wir haben nicht mal gewonnen jetzt, weil der den safesten Catch auf diesem Planeten nicht gemacht hat! Irgendwas ist doch, irgendwas ist doch mit diesen Hunden auf einmal! Warum ist das so? Warum, warum wirfst du nicht? Ich kann die nicht nehmen! Wenn die jetzt wieder alle schwarzen, dann scheiß drauf, dann versuche ich es einfach! Ich glaube, das geht nicht mit denen! Ich glaube, es geht nur mit den weißen, also for real! Ja, scheiß drauf! Ich nehme jetzt einfach einen! Ah, das war auch zu weit! Das war zu weit! Ja! Das war ein stabiler Wurf! Oh, und er fängt den nicht! Ey, dagegen kann man doch nichts machen, außer beten! Mir blieb nach diesen zahlreichen Versuchen nur noch eines übrig! Die scheiß Würfe zu tryharden! Und ich habe ungelogen eine halbe Stunde oder so einfach diese Würfe geübt! In einem NintendoC-Spiel! So weit ist es also schon gekommen! Und jetzt, mit neu gelerntem Skill, ging es an den finalen Run! Ja, sehr schön! Komm, jetzt noch fangen! Feini! Feini! Komm schon! Ja! Ja, das ist Arsch natürlich! Nein! Bro! Die ersten waren so nice! Stabil! Komm, fang den! Fang den! Komm, fang den! Der kleine Fratz, der bekommt das hin! Ja, vier müssten das sein! Drei! Okay, okay, ist okay! Ist okay! Ich beschwere mich hier nicht! Komm schon! Renn! Sechs! Ja! Komm schon! Wir holen uns die 20! Come on, das sieht gut aus! Ja, 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 ja! Komm, noch ein Wurf! Komm her! Schnell, schnell, schnell! Wait! 20! 20! Damit sind wir auch Platz 1, oder? Holy! Down! 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 Sitz! Sitz! Ah! Ja! Let's fucking go Okay, Hauptsache 2 Sehr stabil, komm, fang den, fang den Ja Mal so, erster, let's go Jetzt bleibt uns nur noch Dieser eine letzte Wurfdisk contest Okay, komm Ja Good job Ist okay, ist voll und ganz okay Nein, oder? Ich liebe dich, ich liebe dich Haben wir gewonnen, oder? Oder? Ich weiß nicht, komm noch ein schnell Den catcht er nicht Den catcht er nicht Oh mein Gott Wann kann ich ein? Ich glaube jetzt Oh Ich kann das alles nicht mehr Also Das war Das wildeste Was ich jemals Gemacht hab in meinem Leben Ich bin mit der Einstellung hier reingegangen Ja, ein kleiner Joke-Streamer Jetzt wurde hier komplett getryhardt Und meine Nerven sind am Ende Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben Let's go So, wir haben es geschafft 25 Minuten ist okay Und es hat halbe Stunde, oder? Und ja Ich geh jetzt essen Haushalt schmeißen Bisschen Late-Night-Haushalt Dies, das Und ja Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder Weiß noch nicht an welchen Tagen, aber Haltet einfach Die Augen offen Und natürlich Die Ohren steif Haut rein Und bis zum nächsten Mal